Wenn du das Gefühl hast, dass du zu viel Umsatzsteuer zahlst und dich ärgerst, dass du schon Umsatzsteuer abführen musst für Geld, das du noch gar nicht bekommen hast, könnte das Problem daran liegen, dass du der Sollversteuerung und nicht der Istversteuerung unterliegst. Was das alles bedeutet und wie du das lösen kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und bei dem ganzen Thema Sollversteuerung und Istversteuerung kommt es regelmäßig zur Verwirrung. Andere Begriffe, die es dazu auch gibt, ist Versteuerung nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten. Da kommt es häufig zur Verwirrung und in diesem Video gehe ich da mal tiefer drauf ein, erkläre dir, was der Unterschied ist und was für dich das Beste ist. Die Sollversteuerung ist eigentlich das normale Setup für Selbstständige. Bei der Sollversteuerung geht es darum, dass du die Umsatzsteuer für einen Umsatz dann abführen musst, wenn du die Rechnung geschrieben hast. Das heißt, um ein Beispiel zu machen, du schreibst im März eine Rechnung und du kriegst im September erst das Geld. Das heißt, ein halbes Jahr später kriegst du erst das Geld. Bei der Sollversteuerung schreibst du im März die Rechnung und musst irgendwann eine Umsatzsteuervoranmeldung für den März machen und musst in diesem März dann schon die Umsatzsteuer abführen, obwohl du das Geld noch lange nicht auf dem Konto hast. Das heißt, du zahlst im April oder im Mai, je nachdem, ob du eine Dauerfristverlängerung hast, schon die Umsatzsteuer und erst später irgendwann kriegst du das Geld von deinem Kunden. Am Ende verauslagst du die Umsatzsteuer irgendwie für deinen Kunden und gibst dem Finanzamt schon Geld, dabei hast du es noch gar nicht bekommen. Das ist kein Problem, wenn du sehr kurze Zahlungsziele hast, das heißt, wenn deine Kunden sehr, sehr schnell bezahlen. Problematisch wird das immer, wenn du sehr lange Zahlungsziele hast und wenn die Beträge sehr, sehr groß sind. Ich hatte zum Beispiel mal einen Mandanten, der Architekt, der hat für die öffentliche Hand quasi Bauprojekte umgesetzt. Der hat häufiger eine Rechnung über 100.000 € geschrieben. Die öffentliche Hand, die hat dann, also eine Stadt, eine Gemeinde hat dann ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr gebraucht zu bezahlen und für ihn wäre das sehr, sehr ärgerlich gewesen, wenn er immer nach der Sollversteuerung bezahlt hätte, weil er dann immer schon die Umsatzsteuer hätte zahlen müssen für Geld, was er irgendwann erst in sechs Monaten bekommen hätte. Die Istversteuerung ist quasi genau das Gegenteil. Wir bleiben bei unserem Beispiel, du hast eine Rechnung geschrieben im März und bekommst das Geld erst im September. Bei der Sollversteuerung oder der Versteuerung nach vereinbarten Entgelten, wie gesagt, musst du schon in der Umsatzsteuer- und Voranmeldung für März die Umsatzsteuer abführen, obwohl du sie noch nicht mehr bekommen hast. Bei der Istversteuerung oder der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten ist es genau andersrum und du musst die Umsatzsteuer erst dann abführen, wenn du sie tatsächlich von deinem Kunden bekommen hast. In diesem Fall erst in der Umsatzsteuer- und Voranmeldung für den September. Das heißt, du musst die Umsatzsteuer abführen im Oktober oder im November. Das ist für dich natürlich viel, viel besser, weil du kein Geld ans Finanzamt überweisen musst, was du noch gar nicht auf dem Konto bekommen hast. Deswegen solltest du für dein Unternehmen versuchen immer der Istversteuerung zu unterliegen und niemals der Sollversteuerung. Jetzt fragst du dich vielleicht, wann und unter welchen Bedingungen du zur Istversteuerung wechseln kannst oder wie du es schaffst eigentlich die Istversteuerung zu wählen. Das ist für dich als Freiberufler überhaupt kein Problem. Als Freiberufler kannst du nämlich jederzeit und immer zur Istversteuerung wechseln. Als Gewerbetreibender musst du unter 600.000 € Umsatz bzw. 60.000 € Gewinn pro Jahr sein, um quasi zur Istversteuerung zu gehen. Das heißt, du musst ein kleinerer Gewerbetreibender sein. Großkonzerne haben die Möglichkeit nicht. Wie wechselst du das? Das ist für Gründer am einfachsten. Das heißt, wenn du gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst und dich noch gar nicht registriert hast, sprich den Fragebogen zur störlichen Erfassung noch nicht ausgefüllt hast, ist es das Allereinfachste. Du hast nämlich im Fragebogen zur störlichen Erfassung eine Passage. Da kannst du ankreuzen, ob du nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten versteuern möchtest. Und für dich ist die Angabe, die Istversteuerung bedeutet immer vereinnahmte Entgelte. Das heißt, du solltest unbedingt auf vereinnahmte Entgelte ankreuzen. Wenn du das in deiner Gründung nicht richtig gemacht hast oder es aus Unwissen gar nicht angekreuzt hast und dann aus Versehen in der Sollversteuerung gelandet bist, dann ist das auch kein Problem. Du kannst es jederzeit wieder ändern. Dafür reicht ein formloses Schreiben ans Finanzamt. Formlos bedeutet, es gibt kein Formular. Das heißt, du schreibst einfach einen Brief. Darin aufführen solltest du auf jeden Fall natürlich deinen Namen, deine Steuernummer, unbedingt wichtig das Datum, ab wann du wechseln möchtest von der Soll zur Istversteuerung. Da würde ich dir empfehlen, dass du es immer zum Jahreswechsel machst. Das heißt, entweder nimmst du den ersten in diesem Jahr oder den ersten dann im folgenden Jahr und machst es dann entweder rückwirkend oder weißt halt für die Zukunft, dass du es dann änderst. Was du auch noch aufnehmen solltest, ist dein Umsatz aus dem letzten Jahr. Zumindest, wenn du Gewerbetreibender bist. Warum? Weil das Finanzamt vielleicht deine Steuererklärung ja noch gar nicht fertig hat. Das heißt, es gibt noch keinen Steuerbescheid für letztes Jahr. Das heißt, die wissen noch gar nicht, was für einen Umsatz du letztes Jahr gemacht hast. Und um Rückfragen zu vermeiden und das Ganze zu beschleunigen, schreib es am besten auch in das Schreiben einfach mit rein. Einen wichtigen Punkt solltest du aber noch beachten, wenn du wechselst. Und zwar gibt es, wenn du jetzt zum Beispiel zum 01.01.2022 wechselst, gibt es ja Rechnungen, die du vielleicht vor dem Jahreswechsel geschrieben hast, wo das Geld aber erst nach dem Jahreswechsel auf dein Konto eingegangen ist. Und nach der Sollversteuerung hast du die Rechnung schon vor dem Jahreswechsel einmal versteuert. Und später versteuerst du nur noch das Geld, was auf deinem Konto ankommt und versteuert nach Istversteuerung. Da musst du auch darauf achten, gerade wenn du es in Buchhaltungstools benutzt, dass du bitte die Umsatzsteuer nur einmal bezahlst und nicht zweimal für den gleichen Umsatz bei Rechnungsstellung und bei Geldeingang. Wäre schlecht für dich und gut fürs Finanzamt, aber diese Videos drehe ich für dich und nicht fürs Finanzamt. Von daher solltest du darauf achten, dass du da nicht doppelt die Umsatzsteuer zahlst. Aber grundsätzlich kann ich dir schon mal eine gute Nachricht mitteilen. Das Ganze ist wirklich eine reine Formalie. Das ist kein Antrag, der irgendwie geprüft werden muss und so. Wenn du die Bedingungen erfüllst, dann kannst du definitiv von der Soll- zur Istversteuerung wechseln und dann definitiv Liquidität für dein Unternehmen sparen. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen. Wenn du sonst noch Fragen hast, schreib uns doch unter diesem Video einen Kommentar oder lass uns einfach persönlich sprechen. Unter diesem Video in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung findest du einen Link. Da kannst du ein persönliches Beratungsgespräch buchen. Ansonsten solltest du den Kanal abonnieren, hier schnell oder da oder da findest du weitere Videos von uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.